Herzlich willkommen, liebe Schwabensoccer-Fans, hier am Rande des VW Volkswagen Zentrums Cup in Kissing. Hier bei mir jetzt der Mario Borelli, Abteilungsleiter des Kissinger SC und der Trainer Jochen Hoffmann. Herzlich willkommen, Jungs. Mario, heute Turnier im eigenen Hause in Kissing. Mannschaften wie der TSV Friedberg, SV Mehring, FC Stetsling, Egenburgen sind dabei, Turkssburg-Augsburg ist dabei. Viele namhafte Vereine aus der Umgebung. Gute Gelegenheit, um die eigene Form heute mal zu testen? Ja, gute Gelegenheit, um die eigene Form zu testen, na klar. Aber uns war halt wichtig, dass wir so ein Turnier mal in Kissing vorbereiten können oder stattfinden lassen können. Und ich glaube, das ist auch geglückt. Das Wetter spielt mit. Und es ist nicht nur für uns für die Vorbereitung, sondern auch für die anderen Mannschaften, dass wir mal im Wettbewerb die Vorbereitung durchziehen können und nicht nur immer nur Vorbereitungsspiele, sondern da geht es ja auch um was. Und ich denke, dass es auch für die anderen Mannschaften gelegen kommt. Ja, hier heute erste Standardbestimmung. Jochen Hoffmann, der Trainer, ist bei mir. Jochen, die Vorbereitung hat begonnen. Die letzte Saison ist abgehakt. Welches Resümee ziehst du aus der letzten Saison und was für Ziele und Pläne habt ihr für die neue Saison? Gut, die letzte Saison, muss man sagen, Rückrunde war ich voll zufrieden. Da waren wir 13, 14 Spiele ungeschlagen. Da sind wir ja noch am zweiten Platz hinkommen. Vorrunde hat es nicht ganz so gepasst. Da haben wir teilweise unglücklich Spiele verloren oder Torschossen nicht ausgenutzt, das Ganze. Und deswegen sind wir da nicht so vorangekommen. Und die fünf, sechs Punkte, die wir in der Vorrunde haben liegen lassen, die haben uns dann natürlich am Schluss gefehlt. Aber wiederum haben wir eine relativ junge Mannschaft. Und wir haben sechs, sieben eigene Spieler von der eigenen Jugend, die letztendlich jetzt Stammspieler sind, die sich da gefestigt haben. Und auf die bauen wir heuer wieder. Und die müssen sauber Gas geben. Und dass sie dann auch richtig so Führungsspieler werden bei Kissingen, dann schaut das in zwei, drei, vier Jahren in Kissingen recht gut aus, dass man die eigenen Spieler, wo man die Jugend hat, dass man die hochbringt. Und ja, da sind wir aber, glaube ich, schon auf einem guten Weg. Wenn man große Ziele hat, und die hat der Jochen Hoffmann, so wie ich ihn kenne, ich kenne ihn schon lange, konntet ein Spieler den einen oder anderen verpflichten oder wird da noch was getan, der euch die Möglichkeit gibt, aufzusteigen oder oben mitzuspielen? Richtige Leistungsträger, konntet ihr da jemanden verpflichten? Ja, wir haben jetzt mit dem Voyage, der von Stetzlin gekommen ist, und mit dem Gentgen von SV Mehring haben wir schon zwei Spieler, auf die wir bauen und die Klasse schon bewiesen haben bei den Vereinen. Wiederum bauen wir auch auf die eigenen Spieler. Wir haben einen großen Kader, wir haben drei Mannschaften, wir haben 40, 50 Spieler und von der zweiten kann man auch noch zwei, drei mit hochnehmen. Was wir jetzt schon getan haben in der Vorbereitung, dass sie da gleich mal die Luft schnuppern können, wie es in der Kreisliga abgeht, nicht in der Kreisklasse oder A-Klasse oder B-Klasse, je nachdem wie es heißt. Aber Ziele haben wir natürlich, wir wollen uns verbessern wie letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir Fünfter geworden, also heißt das, dass wir dann unter die ersten fünf sind heuer. Wird ein schweres Stück Arbeit, aber wenn es gut läuft, wäre das möglich bei uns. Also wenn ich den Kader anschaue, würden wir wahrscheinlich schon ein Wörtchen mitreden vorne. Wenn man Spieler anspricht, Abgänge, Neuzugänge, Mario Borelli. Ich habe da mit dem Uli Antonis jetzt einen Spieler verabschiedet, der sich Richtung Stetzling verabschiedet hat, dort in die Jugendarbeit eingebunden wird. War es nicht möglich, so einen Spieler, so einen erfahrenen Spieler, beim Kissinger SC zu behalten und dort in die Jugend einzubauen? Ja, war es nicht möglich. Na klar wäre es möglich gewesen. Nach ersten Aussagen vom Uli hat er mal zu mir gesagt, er möchte mal eine Pause machen. Dann haben wir einen Wechsel in der Jugendabteilung gehabt. Unsere Jugendleitung hat sich geändert, also hat sich verändert. Und wo der neue Jugendleiter, der Dieter Horack, sein Amt angetreten hat, hat der Uli da leider schon beim FC Stetzling zugesagt gehabt. Sonst hätten wir ihn na klar gerne bei uns behalten. Er war auch letztes Jahr der Co-Trainer vom Jochen. Und na klar hätten wir ihn als A-Jugendtrainer gerne eingebaut. Aber wie gesagt, da war es schon zu spät. Da ist ein bisschen verschlafen worden von unserer Seite, dass man so einen Mann und so einen erfahrenen Fußballer in Kissing verloren hat. Das tut mir persönlich weh. Aber man sieht sich bestimmt mal wieder. Und ich glaube auch, dass der Uli irgendwann mal wieder zu uns zurückkommt. Und wie gesagt, auch in Stetzling, da trainiert er die BOL-A-Jugend. Das ist auch eine größere Herausforderung. Und an dieser Stelle möchte ich Uli auch alles Gute wünschen beim FC Stetzling. So wie alle anderen Abgänge, die wir gehabt haben, möchte ich auch alles Gute wünschen. Und vielleicht sehen wir sich ja irgendwann mal wieder. Gut, das war es vom Kissinger SC. Mario Borelli, Dankeschön. Und Jochen Hoffmann, der Trainer. Wir wünschen euch eine gute Saison, verletzungsfreie Saison. Und vielleicht klappt es ja heuer dann mit dem Aufstieg. Musik 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 Musik